es ist nicht so das wahre das lässt also wäre auch dem ich wenn das jetzt gehen würde weil es müsste sich ja von der höhe verschieben das schließt ja perfekt auf dieser blockhöhe ab also von daher das wird so nicht gehen man könnte natürlich die slab is trotzdem nehmen die müssen wir dort haben die treppen legen wir mal wieder rein und dann würde es vielleicht sogar passen aber wenn wir jetzt den släppchen noch mal raus kloppen und stattdessen auf dieser höhe den slab setzen dann können wir jetzt hier zumindest auch die treppe mit dran bauen wenn sie denn so wild wie es wilde was ich will manchmal das kriegen wir aber auch hin hier ist wäre das das und hier müsste dann die treppe rauf genau ich glaube das wird scheiß aussehen oder wird das aussehen wobei 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 er weiß ich nicht lass mal was probieren dann lass es hier noch mal probieren glaube so müsste es sein ja ich weiß es noch nicht jetzt vor allem gern höher und vor allem nicht so klobig aber klobig das ist halt minecraft und damit muss man halt leben ich weiß nicht ob mir das gefällt ob man das gut aussieht oder nicht dann weiß ich vor allem nicht ob das jetzt hier so schön ist wenn das hier noch mal eins nach drinnen geht oder ob man da nicht direkt so ein vierer block mit dran setzen sollten können ja mal gucken wie es aussehen würde hier müsste dann quasi ein ganz normaler vierer block ran weil man es natürlich auch so machen können wäre auch eine maßnahme weil ich wenn dann glaube ich hier weiter vorne anfangen würde oder wäre das vielleicht sogar in ordnung so wie es ist sagt doch mal wie ist eure meinung dazu so eins müssen wir auf jeden fall noch genau so das sollte passen dann können wir hier die blöcke ganz normal reinzimmern die frage ist ob das dann wirklich aussieht oder ob man das so nehmen kann oder ob man es nicht vielleicht sogar noch eins breiter haben will weil es dann schon wieder overpowered wirkt so wirkt das so ein bisschen klein und zart und zerbrechlich also kann mir das schon vorstellen eigentlich also warte mal die sollen unten sein genau aber ich weiß wirklich noch nicht ob es aussehen wird ich muss mir das glaube ich im nachhinein dann nochmal ganz in ruhe angucken so das geht klar wir brauchen noch ein paar ganz normale holzklumpen draus warte mal wir machen mal den stack voll dann so und so und so nee das war eins zu viel gut ach nee das ist sowieso falsch dort warte mal dann da muss es anders hin guck mal das sieht auch nicht aus mit diesem ganzen block dort aber warte mal so so und dann so genau ich glaube das passt schon trotzdem irgendwie also wenn wir hier die erste als treppe haben ganz normal und dann der zweite als dingens ist gut jetzt bräuchte man natürlich noch irgendwelche möglichkeiten wie das hier gehalten werden kann oder es bleibt einfach nur das kleines vordach wobei das unrealistisch ist guck mal das geht so weit raus wenn das so gehalten werden könnte das wäre unglaubwürdig so können wir haben wir denn noch ich glaube gerade nicht mehr oder hm wir müssen noch mal zurück zeichnchen brauchen wir noch haben wir hier nicht mehr aber ich glaube irgendwo hat man auch welchen auch nicht hm haben wir kein zeichnchen mehr gehabt würde mich eigentlich wundern aber ich glaube dann mal hier unten vielleicht ja guck mal das passt doch eigentlich hätte ich hier gerne auch noch eine ausgangstür aber irgendwie kriegen das nicht richtig hin jedenfalls nicht dass es schön ist so hier bitte einmal den zaun durch wunderbar wenn es geht dann auf der seite auch noch mal gut so dann müsste man hier in der mitte wahrscheinlich auch noch mal ist das genau mittig ja komm lass mal so machen denn das wirkt schon wesentlich glaubwürdiger so das könnte man natürlich trotz dessen wobei das ein bisschen hoch wirkt ach stimmt und man kann ja auch diese zäune aus diesem anderen material bauen das wäre natürlich auch noch eine idee dass man da mal schaut was da möglich wäre wobei ich da gerade gar nicht weiß wie das gehen könnte warte mal auf seite ah seite 4 ne da waren die regale drin warte mal zimmermannsmod war das doch oder habt ihr denn wo ist es denn hebel des zimmermanns ne das ist so eh nicht fackel des zimmermanns will ich auch nicht ich hätte gern den zaun des zimmermanns leiter des zimmermanns sind wir schon mal nah dran zauntor garagentür des zimmermanns ok ähm wie wärs mit dem ganz normalen zaun des zimmermanns den habt ihr irgendwie vergessen kann das sein leiter des zimmermanns luke zauntor garagentür ja wo ist der zaun ach warte mal hier hinten genau ah heißt anders deswegen barriere des zimmermanns ja lass mal gucken wie du hergestellt wirst aus zwei solchen blöcken und zwei stickies na das ist ja relativ human eigentlich so lassen wir wieder rausgehen aus zwei solchen und zwei stickies stickies könnte man noch herstellen gehen wir mal ganz kurz so wo haben wir denn wo habe ich es denn reingelegt hier genau das können wir mal verarbeiten zu stickies gut so und so ah ne das ist noch das ganz normale holz das sind noch nicht mal die bretter warte mal hatten wir nicht noch irgendwo bretter rumliegen ja genau lass die erstmal nehmen also ein stack stickies hätte ich gerne wunderbar mist warte mal wieso ich auch immer den pilz jetzt hier in der hand habe der pilz kommt dort rein und dann bin ich gespannt war das so ja sieht gut aus so jetzt haben wir 64 8 die können wir dann eigentlich fast schon irgendwo hier mal da lassen so das stecken wir ein dann mal so rum das kommt da rein und lass mal die tür aufwarten genau hm also ich bin zumindest versucht ich überlege auch wir die teile nicht wenigstens zu lassen das problem wird sein die werden nicht abschließen wollen die werden das nicht mögen und wir haben hier eigentlich auch ein lichtproblem stelle ich gerade so fest aber man könnte es natürlich dann noch hier auf den Dingens drauf stellen wobei es ja es sieht auch nicht so richtig aus weiß ich noch nicht so nein nicht wegschmeißen ich wollte einfach nur was wollte ich denn mit den Zäunchen hier bauen genau so den müssen wir nochmal wegkloppen dafür und eigentlich den hier dann auch weil wie gesagt der wird bestimmt nicht abschließen damit dann sag ich doch der weigert sich der will mit dem anderen nichts zu tun haben das ist Mobbing Leute das ist Mobbing halt war schon ok perfekt so dann lass das so machen und mal hier und da und dann natürlich ja müssen wir halt da auch nochmal gut ja es sieht so ein bisschen anders aus weil das von der Höhe natürlich in dem Fall dann schon besser passt na gucken wir mal so das müssen wir auch nochmal austauschen weil ich glaube dass da ganz normal diese Holzoptik drin bleiben wird so einmal daran und einmal da genau so jetzt könnten wir das natürlich zu klatschen mit ganz normaler Holzoptik und ich glaube das machen wir ja auch zumindest wie gesagt was diese Teile angeht das ist natürlich doof jetzt wird er sich verbinden und dann ist dieses eine Teilstück hier anders ansonsten hätte ich das ja gern mal aus diesem Mabel probiert einfach mal um zu sehen wie das aussieht sieht bestimmt schick aus aber ich glaube wir legen uns erstmal kurz in die Haier so und da sind wir schon wieder frisch in den nächsten Tag hineingestartet so ich wollte Mabel holen glaube ich das war er glaube ich aber hatten wir nur noch drei hatten wir nicht noch mehr Mabel sag ich doch wir haben noch mehr so näher lasst rausgehen hier und dann will ich wie gesagt mal schauen wie das denn aussehen würde wie das aussehen könnte müssen wir das erstmal so umverlegen das kommt da hin das nehmen wir mit und jetzt lassen wir testen ja sieht schon irgendwie scheiße aus und vor allem damit sieht das jetzt irgendwie merkwürdig aus und wir haben einen kleinen Fehler gemacht warte mal wir müssen das erstmal rauskloppen genau und dann können wir das in Mabel draufziehen so jetzt gibt es hier aber noch die Möglichkeiten das zu verändern dass wir zum Beispiel so ein Zäunchen hier draus machen das könnte ich mir eigentlich fast schon besser vorstellen das sieht eigentlich schon mal ganz nett aus es passt nur nicht ganz mit dem Haus zusammen farblich was hat man denn noch für Varianten es ist halt glaube ich einfach die Farbe so der Zaun selber den kann ich mir schon ganz gut vorstellen hier vielleicht doch dann aber lieber aus Holz denke ich mir hm könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben was euch besser gefällt so das nehmen wir mal mit und dann lassen wir mal testen oder wir können ja dieses dunkle Holz nehmen das können wir natürlich auch mal uns anschauen wäre dann halt ein kleiner Kontrastpunkt zu der Holzstammoptik dort hinten das ist halt das komplette Gegenteil ist halt dunkel hm oder wir müssen halt warten dass wir da nochmal eine andere Holzoptik finden irgendwo vielleicht wird das dann besser dadurch oder es liegt noch an dem Untergrund weil den müsste man natürlich auch noch durch Erde ersetzen ich glaube das machen wir mal eben denn Sand kann dort nicht drin liegen bleiben wenn da so ein kleiner Garten oder sowas rein soll so ein kleines Blumenbeet so vielleicht sieht das mit ganz normaler Wiese schon wesentlich besser aus weil wir hier natürlich noch einen entsprechenden Gang bräuchten der kann eigentlich nicht aus Erde bleiben hm ja da müssen wir uns auch noch Gedanken machen aus was dieser Gang hier bestehen soll ach Mensch wir haben so viel zu tun noch das ist gar nicht wo ich anfangen soll aber es nimmt trotzdem langsam Gestalt an unser kleines Häuschen wir sind fleißig dran und arbeiten natürlich weiter dran und guck mal hier das müssen wir auch nochmal mit rauskloppen das können wir so nicht liegen lassen und lass mal die Erde rüber rücken so genau obwohl warte mal wir können den Apfel erstmal mitnehmen hm wir können doch hier das schon mal so weit anpassen das wird Erde sein das ist auch in Ordnung wenn das Erde ist so jetzt müsste man das hier irgendwie noch dicht kriegen genau und dann muss das hier alles noch ausgetauscht werden und hier darf dann nirgends mehr Sand sein oder ja muss auf jeden Fall ein Stück weit weiter hinten sein dann der Sand aber so grundsätzlich kann man sich das glaube ich schon ein bisschen vorstellen wir haben hier schon mal die Erde mit reinklocken einfach weil die natürlich auch ein bisschen brauchen wird bis die mit Gras bewachsen sein wird so den nehmen wir mit und eigentlich kann man dann hier auch nochmal vielleicht ich weiß noch nicht wie ich es dann hier wenn wir es dort ganz genau machen wollen das weiß ich noch nicht aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein Stück Boden hier drin und ich glaube dass ich da schon eine Idee habe warte mal die Frage ist wo liegt denn meine Idee wisst ihr es noch äh das ist sie nicht ist das meine Idee schwarzer Granit Pflasterstein ist das der gebrannte schwarzer Granit ich glaube der Pflasterstein ist nicht der gebrannte aber der schwarze Granit ist der gebrannte können wir mal wieder irgendwas los werden und wir quillen schon wieder über hier weil wir so viel Kleinstück was wir auch dabei haben diese Äpfel hier zum Beispiel den ganz normalen Zaun hat ich glaube ich auch schon mal reingeschmissen genau so das sollte passen den Rest das behalten wir erstmal alles außer die Pflanze die kann auch schon mal raus hier die brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt am Mann so was ist das schwarzer Granit Pflasterstein das ist der nicht gebrannte würde ich denken genau so aber wir müssten noch ganz viel von diesem gebrannten Zeug haben das kann doch nicht schon alles sein hm ne den Pflasterstein haben wir ganz häufig na gut wir gucken uns das ganze mal an wie das aussehen würde warte mal und zwar den Marble mal raus das mal rein und das mal raus und halt komm her das mal rein dass wir mal auch beides vergleichen können das ist der und das ist der sieht glaube ich fast gleich aus ich glaube das ist der gebrannte und das ist der nicht gebrannte hm dann würde ich fast sagen dass wir den nochmal in den Ofen schmeißen dass wir den nochmal eben fertig machen das dürfte ja nicht so lange dauern aber haben wir hier vielleicht überhaupt noch was drin ja Eisen so und da legen wir den dafür rein genau und wir müssten ja auch irgendwo noch mehr rumliegen haben genau so der das ist verarbeiteter das ist Kohle die können wir eigentlich auch mal dort reinwerfen wieso auch immer die hier drin liegt so das war es aber auch ne mehr haben wir leider nicht gut ja dann haut das nochmal drauf die Kohle nochmal drauf und dann sollte das klar gehen wir nehmen die drei jetzt hier nochmal mit die jetzt hier gleich rausgekommen sind jawohl hier können wir die Schüsseln schon mal weglegen wobei wir gleich schon wieder Hunger haben und wir müssen mal wieder aufs Feld gucken gehen da ist bestimmt schon wieder das ein oder andere reif und guck mal hier unser Vorgarten der kühlt über ja alles mitnehmen natürlich wunderbar so Mensch gerade erzählt dass wir Hunger haben schon drauf reagiert perfekt so hier da und wie sieht es hier aus 86 oh der ist fertig den nehmen wir mit der ist auch fertig ich nehme auch mit haben wir überhaupt mal so viel Platz ja und der ist auch fertig ich nehme auch mit so dann haben wir dicht dorthin okay sollte klar gehen erstmal soweit gut und da sind auch Weizen fertig Mensch das wird werden unsere Ernte kriegen wir hier gut rein Puh Erdbeeren ja Erdbeeren will ich eigentlich zuerst mal pflanzen aber wir haben kaum Platz hier an der Leiste so lass dich mitnehmen lass dich mitnehmen und so machen genau gut dann hier hinten Raspberry die können wir auch schon mal mit einsetzen die hatten wir hier und davon haben wir leider nicht noch mehr so dann Bohnen hat man glaube ich dort hinten mal angebaut guck mal ja auch die Bohnen sind schon gewachsen sehr schön da machen wir gleich noch mehr draus gut und was ist das Bellpepper ah ja und Candleberry Candleberry haben wir das nicht schon irgendwo mal gehabt oder hatte ich das nur auf diesem kleinen Feld gelassen Candleberry ne hatten wir hier auch schon so das ist alles Candleberry wenn ich das richtig sehe guck mal der ist auch schon fertig super dann pflanzen wir den hier natürlich auch schon mal mit ein und wir brauchen definitiv mehr Felder das reicht hier vorne und hinten nicht so na gut mehr geht leider nicht davon an zu pflanzen wobei wir könnten hier drüben nochmal ein bisschen hm ja machen wir es lieber erstmal so bevor wir gar nichts an Nahrung haben dann doch lieber auf diese Art und Weise so Brot kriegen wir auch mit raus sehr schön ach Mensch da freue ich mich und guck mal hier sind keine weiteren Tiere mehr drauf auf das Feld gekommen hier ist alles noch in Ordnung das heißt es liegt nicht an diesen Teilen es lag wirklich daran dass wir diese blöde Kiste dort vorne hingestellt hatten den Kompost dass die immer über die Mauer gehüpft sind und guck mal hier ist auch noch was reif Winter Squash ach Mist ich weiß gar nicht wohin mit dem ganzen Zeug ich glaube wir müssen bald mal eine Lagerkiste dafür bereitstellen und fertig machen so ja Eckplant müsste man eigentlich auch nochmal irgendwo mit einpflanzen das wird alles nicht so bleiben glaube ich wir müssen das alles nochmal später schön machen aber so hätten wir das erstmal so weit es geht effizient ausgenutzt würde ich denken ja wunderbar ach guck mal hier ist auch mal ein bisschen Platz nehmen wir auch nochmal mit gut so das sollte erstmal alles soweit passen Mensch unser Feld unser kleiner Garten hier das wird alles werden sehr schön freue ich mich ja und dann lassen wir hier natürlich nochmal nach drinnen gehen hier will ich nochmal die Dingens rausholen genau und dann werden wir die gleich nochmal dort draußen reinkloppen ich hoffe ja dass das halbwegs schön aussehen könnte wird wie auch immer so das reicht halt noch nicht so und da nochmal ein genau ja hier kommt das Gras langsam ich dachte war was hier kommt das Gras langsam angewachsen man kann es jetzt natürlich noch nicht ganz hundertprozentig erkennen worauf es hinausläuft die Frage wäre nee hier direkt drin haben wir nicht nochmal so einen zentralen Punkt das würde auffallen ich meine man könnte es so machen aber es sieht einfach mal scheiße aus okay hm könnte man das da draußen ranpappen nee das geht nicht nur davor stellen hm ja was die Fackeln angeht bin ich noch nicht wirklich zufrieden hier kann man die hier an der Seite auch nicht nein schade na gut so wir haben schon wieder Hunger aber ich denke mal wir werden uns jetzt mal ein lecker Brot gönnen jetzt haben wir ja ein bisschen was und werden das hier auch schon mal zubereiten werden das dann aber auch nochmal direkt zu Toastbrot verarbeiten so hat mal fünf Brote natürlich wird ja gerade der Ofen anderweitig benutzt das ist natürlich ungünstig wenn wir gerade so einen immensen Hunger haben so wir haben es mal ganz heimlich ausgetauscht hat ja hoffentlich keiner gesehen so die acht Stück können wir hier ganz nebenbei schon mal mit reinkloppen sofern wir da noch was sehen weiß ich noch nicht es wird auf jeden Fall in der Nacht hier ganz schön dunkel sein mit diesem dunklen Boden vielleicht aber naja dass wir es halt fackeltechnisch noch auskleiden können respektive wir können ja hier dann auch mit Dingensons arbeiten na wie heißen die Glowstone wäre natürlich auch noch eine Maßnahme dazu bräuchte man natürlich erstmal so ein Höllenportal aber auch das kriegen wir denke ich mal früher oder später schon gestemmt alter wie der Hunger hier nach oben geht coole Sache also Brot macht richtig satt also Toastbrot vor allem ich glaube wir haben unsere neue Leibspeise hier entdeckt lecker Toastbrot ja und dann bauen wir aber noch mehr Feld noch mehr Anbaufläche gerade für Walzen guck mal fünf Toastbrote komplett satt so muss das sein jetzt müssen wir nur 10.000 Jahre auf die nächsten fünf warten ach ne warte mal ich wollte ja hier noch das Zeug mit rein nehmen so das ist der Pflasterstein genau da machen wir mal ruhig noch ein bisschen weiter gut wir können uns in der Zwischenzeit mal ins Bettchen hauen und das ganze Geschehen ja von der Bettdecke aus betrachten so das hatten wir und hier mit dem Zimmer müssen wir uns halt auch noch Gedanken machen auch hier wegen diesem Aufgang das soll ja eventuell hoch zu unserem Dachgeschoss führen da bin ich mir halt auch noch nicht ganz sicher wie wir das dort verbinden können aber irgendwie werden wir das schon auf die Reihe kriegen so ne warte mal ich wollte hier drin bleiben wir wollten hier noch weiter gucken genau ich glaube das reicht sogar oder kann das sein ich glaube mehr war gar nicht mehr offen eins zwei drei passt perfekt so sehr schön die Frage wäre halt wie machen wir es hier hier können wir auf jeden Fall schon mal das Ding uns rauskloppen den Sand und das dann mit Erde schon mal zu wuchern lassen und dann hätte ich halt hier gerne so ein kleines Blumenfeld einfach so was gemütliches was wir hoffentlich nie gießen müssen weil sonst gehen alle Blumen ein so warte mal lass mal das Leck hier wieder dicht machen gut so ich glaube das reicht nicht von der Erde die wir jetzt dabei haben aber wir geben unser Bestes natürlich aber andererseits haben wir noch ganz viel Erde natürlich in unserem Kabuf dort drin liegen so guck mal das wird allmählich glaube ich werden hm man müsste halt überlegen wie man es machen will wo man den Zugang dann zu dem Ding uns hier legen will ich glaube das ist sogar hier eine dämliche Idee dass wir das so gemacht haben können wir das nochmal mit rausnehmen und mal lass dich mal zurückbauen genau es wäre doch eigentlich sinnvoll dass wir hier dann den Zugang hätten und demnach müssten wir müssten wir könnten wir machen wir denn da müssten wir doch das Ding jetzt hier hochstellen können genau und mit dem Holz entsprechend auskleiden können natürlich und mit dem Holz dementsprechend auskleiden können jetzt okay so dann sollten wir doch eigentlich auch eine Mitte hier drin haben wenn mich nicht alles täuscht so wir haben wie zähle ich denn jetzt hier am besten das ist 1 2 3 4 5 6 es gibt keine Mitte vorher gab es eine Mitte echt und wieso habe ich vorher gedacht dass es keine gibt na egal so ähm 1 2 3 4 5 6 irgendwas haut hier nicht hin irgendwas haut hier nicht hin wir fangen hier beim Fenster an und wir fangen hier beim Fenster an irgendwas haut trotzdem nicht hin oder ich vertue mich gerade enorm wie kann das denn jetzt sein wir hören da auf aber wir hören hier ein zweiter drüben auf aber das sind wir noch auch 6 1 2 3 4 5 nee ich kann nicht zählen ok gut dann liegt es wohl daran so jetzt aber wunderbar so dann hätte ich das gern natürlich in derselben Optik wenn es geht so ein verschimmeltes Zombieholz ist natürlich auch nicht so eine doofe Idee hat eigentlich auch was so ein bisschen altmodisch wenn man es im Originalzustand lässt aber wollen wir glaube ich nicht wir machen es lieber aus diesem dunklen Holz so gibt es hier nochmal das ganz normale drauf ja ne genau gib mal her und dann ich glaube das wird nicht reichen 1 Alter ich habe doch recht sie klickt wieso macht er denn das nicht so ähm jetzt aber genau danke so natürlich gut da fehlt halt noch ein Stückchen so weil was wir dann halt auch noch bräuchten wäre vielleicht eine Gartentür weiß nicht ob das aussehen würde man müsste es halt mal testen vor allem wie die dann in dieser Optik aussieht ob die Optik in dieser Optik gehen würde Mensch das testen wir jetzt gleich mal komm mal her so Gartentür die hatte ich schon gesehen Zauntor genau eigentlich genauso ok wunderbar das heißt wir brauchen so und so und dann vier Stickys außenrum wunderbar das passt so was braucht man noch wir brauchen das Holz noch genau so da haben wir glaube ich nur die Baumstämme gerade die müssen wir halt nochmal verarbeiten ich glaube wenn nein ok jetzt habe ich doch 64 rausgeholt ich wollte gar nicht 64 ich wollte nur vier haben egal so haben wir halt 64 ist halt auch schön alter ist mit der Tür los ok die war gerade Bungie habt ihr das gesehen so ähm was wollte ich denn genau wir wollten Baumstämme also sagt das die Holzoptik hier mit integrieren genau und dann wollten wir hier das Dingens reinsetzen das auch schon mal zu der Optik machen und wenn es geht auch so mal guck mal das gliedert sich perfekt hier ein aber naja das dumme ist man sieht halt nicht dass es ein Zaun ist ok wirkt ein bisschen sehr eng so aber kann man eigentlich nehmen ist eigentlich in Ordnung zumal man theoretisch ja auch von der anderen Seite noch aufs Feld kann und so weiter das ist ja nur nicht das Problem na gut ja Leute aber ich sehe auch gerade auf die Uhr ich ja ich nehme schon wieder extrem lange auf hier ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen und hoffe es hat euch gefallen wenn ihr mögt beim nächsten Mal natürlich wieder mit einschalten wenn es heißt Let's Play Minecraft bis dahin ciao ciao